Hallo zu einem weiteren Wochenupdate, diesmal am Freitag, den 5. Februar 2021. Wir fangen mit meiner Seite an und zwar möchte ich vorstellen, einige von euch haben es schon gesehen und zwar habe ich letzte Woche mit Andi von ehemals Venian, jetzt haben sie ja ein neues Projekt beziehungsweise er startet ein neues Projekt, ein Interview aufgenommen und zwar zum Thema So läuft die Wirtschaft in WoW. Viele von euch haben das Video schon gesehen und das Feedback war durchaus positiv. Ich war wirklich überrascht. Ich habe gedacht, das wird eher so in der Community, die nichts mit Gold zu tun hat, eher ein negatives Video werden, aber ist sehr gut bewertet worden, positiv. Und auch von euch danke nochmal für das Feedback, für das Positive. Worum geht es in dem Video? Wie sehen wir als Goldfarmer, Transmogfarmer, was das Spiel als Wirtschaftssimulation spielt? Wie sehen wir, also was machen wir in dem Spiel? Genau darum geht es in diesem 1,5 Stunden Video. Wenn jemand mal langweilig ist, kann er gerne mal reinschauen. Auch ein Abo bei Andi da lassen und auch vielleicht ein Kommentar, was man besser machen könnte oder wie ihr die ganze Sicht seht. Das zu dem. Dann, was haben wir noch die Woche angestellt? Wir haben Gold Goblin Loot, das Addon, kennen auch viele von euch, ein Downgrade machen müssen leider, weil wir mit der In-Game Community leider nicht so zusammenkommen, wie es sein sollte. Wir haben noch Datenfehler. Das heißt, es kommt zu sehr vielen Disconnects. Leute kriegen keine Einladung. Deswegen, wenn ihr immer wieder mal bei meiner Challenge mitmachen wollt, ist auch ganz einfach zu finden. Ihr geht dort oben auf Transmog, Transmog Challenge. Da ist die komplette Erklärung mit Downloadlink, mit Video inzwischen auch, wie ihr das Addon einmal für den Mehrspieler-Modus nutzen könnt mit mir oder auch für den Singleplayer-Modus. Was sich geändert hat, ist, in dem Video rede ich noch darüber, dass ihr in die In-Game Community müsst. Müsst ihr nicht. Ihr könnt gerne, ihr seid gerne eingeladen. Aber es funktioniert nur, wenn ihr das Addon runterlädt und mit mir im Battlenet befreundet seid. Das ist wichtig. Also die aktuelle Version ist 1.0.2 und mit der werden wir auch in nächster Zeit farmen. Und wenn wir schon beim Thema Challenge sind, wir haben die Woche natürlich auch wieder einiges gemacht und waren ein paar Überraschungen dabei. Und zwar vor kurzem waren wir im Scharlach-Roten Kloster wieder am Transmog-Farmen. Wir haben eine Platz 1, 2, 3 Challenge gemacht. Da geht es darum, wer im Kloster innerhalb einer Stunde das meiste Gold pro Stunde mit Farmen rausholen kann. Wir reden natürlich immer von theoretischen Werten, weil das sind die Werte, wie die Items im Auktionshaus gehandelt werden, aber nicht wie sie natürlich dann verkauft werden. Und da die Überraschung war, Just By Me mit den Kriegshäuptlings Killed. Dieses Item gibt es genau EU-weit zweimal aktuell im Auktionshaus. Und ihr seht, hat einen Wert von 600.000 Gold. Ist im Scharlach-Roten Kloster getroppt. Auch da noch ein paar Highlights dabei. Der Stahlhächer mit 167.000 Gold, Kobalt zweimal mal 68, Deutscher Robe 61. Also ich gehe ganz gern ins Scharlach-Rote Kloster, weil da gehen kaum Leute rein. Und das sind aber wirklich solche Rare-Items, die durchaus einiges an Gold wert sind und selten sind, weil die kaum jemand farmt. Also da kann man auch mal, wenn man Transmog-Farmen will, reingehen. Wir haben noch ein Highlight und zwar direkt eine Stunde danach haben wir nochmal auch eine Challenge, eine Free-for-All-Challenge gemacht, wo jeder farmen konnte, was er will. Und die Silithus-Gruppe ist ziemlich ausgerastet, denn in einer Stunde sind dort sieben glorreiche Beine getroppt und ein Tebus-Langschwert, was schon nicht wenig ist. Man muss echt sagen, Silithus ist mittlerweile oder ist immer noch die stärkste Quelle zum Transmog-Farmen. Ihr seht, sieben glorreiche Beine in einer Stunde ist schon enorm viel. Was dazu führen wird, dass der Preis wieder in den Keller gehen wird. Shadowlands seit dem Pre-Patch war es ganz schlimm. Da ist ja das Ganze abgestürzt, weil durch den Level-Squish sind plötzlich viel mehr Items gedroppt hin und her. Dann mit Shadowlands ist jetzt Transmog, hat kaum mehr jemand Transmog gefarmt. Die Preise sind ein bisschen nach oben gegangen. Jetzt, wo Shadowlands langsam wieder für einige langweilig wird, auch wir farmen in der Challenge jetzt vermehrt wieder Transmog, einfach um die Abwechslung reinzubringen. Es gehen leider jetzt die Preise, natürlich die Leute farmen wie verrückt, zahlen wir da zwei Stück bekommen und so weiter. Wenn man das jeden Tag macht und wir mit der Challenge, dann ist natürlich auch irgendwann wieder der Server übersättigt mit solchen Items. Also da, aber trotzdem, es lohnt sich durchaus. Wir sehen uns nämlich, ihr seid nämlich gern eingeladen, wenn ihr bei mir ins Discord reinkommt und zwar unter WoW Economy und Snipes Flip Sales reingeht. Ihr seht da, dass momentan Transmog-Sachen wie verrückt verkauft werden. Eins nach dem anderen. Ja, die Brustplatte für 76.000 Gold. Ich habe vor kurzem das Teufelstall Langschwert für 130.000 Gold verkauft gestern, von dem Video aus jetzt. Also wenn ihr auch am Farmen seid und Verkäufe habt, auch normale BOEs, dann seid ihr gern eingeladen oder generell seid ihr gerne eingeladen, ins Discord reinzukommen. Der Link ist wie immer in der Kanalbeschreibung und teilt eure Verkäufe mit uns in diesem Channel bei Snipes Flip Sales. Sind wir mal ehrlich, es macht nichts mehr Spaß. Alleine, wenn ich sehe, oh toll, es hat sich was verkauft und 200.000 Gold, umso mehr Spaß macht es, das mit anderen Leuten zu teilen. Ich habe heute irgendein Transmog-Item für 300.000 Gold verkauft. Bei mir ist es zumindest so. Ich zeige gerne, wenn ich irgendwas Tolles verkaufe, dann um es den anderen zu zeigen, was sich gerade in dem Moment verkauft hat. Ja, soviel zum Transmog. Dann kommen wir zu einem Punkt heute, der noch, der jetzt ansteht. Und zwar der erste einzige Punkt. Und zwar ist es das Mondfest. Und zwar das startet, wenn wir kurz ingame gehen, am Freitag am 5. Februar um 10 Uhr Vormittag. Beginnt das Mondfest und geht genau bis zum 19. um 10 Uhr. Also Zeit genug. Kann man mit dem Mondfest Gold machen? Ja, es gibt Bekippbar-Varianten. Wir schauen uns das Ganze an. Ihr könnt auch bei mir auf die Seite gehen, dann auf Gold Guides, Gold durch Kalender Events, Mondfest klicken. Und dann kommt ihr zum Mondfest Guide. Dort gibt es, ich glaube auch, dass es 2021 wieder nichts Neues gibt. Wenn ja, halte ich euch am laufenden, weil das Video ist noch vor dem Release aufgenommen worden. Goldquelle 1, Haustiere. Es gibt die Mondlaterne und die festliche Laterne als Haustiere. Die gehen teilweise dann bis zu 20.000, 30.000 Gold im Laufe des Jahres hoch. Und dafür muss man diese Münzen der Uranen farmen. Es gibt Addons dafür, wie Handynotes, Handynotes Luna Festival. Zeug zeigt euch auf der Karte an, wo sich Münzen der Uranen befinden. Hinfliegen, Uranen anreden, Münze kriegen, weiterfliegen. Das ist zum Beispiel eine Goldquelle mit wahrscheinlich die Beste in dem Event. Die Mondlaternen und die festlichen Laternenfarmen. Dann haben wir noch eine, ich sage mal, Randgruppen Goldquelle. Und zwar das Schneider-Transmog. Für fünf Münzen der Uranen könnt ihr euch das Festtagskleid und den Festtags anzukaufen, als Muster. Das schneidern und verkaufen. Ich habe das so gemacht. Ich habe es dann immer im Zweier-Channel gepostet. Verkaufe Festtagskleid. Das Ganze schaut so aus. Also optisch ist es auf jeden Fall ein Highlight. Ganz interessant. Das Ganze ist so, das ist aber nur kosmetisch und hält nur während des Mondfestes an. Sobald das Mondfest vorbei ist, haben die doch kein Transmog mehr. Oder kann man die nicht mehr anlegen? Ich muss sagen, ich habe das ganz gern gemacht und wenn es nur 500 Gold sind. Es muss nicht immer die Milliarden von Gold sein. Ab und zu bin ich gern mal im Zweier-Channel. Schreib rein, verkaufe Mondfest-Transmog, Festtagsanzug oder Festtagskleid. Die Leute sehen das im Zweier, klicken es an, sehen, oh, das schaut gar nicht schlecht aus. 1000 Gold, ja, das nehme ich. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen was auf eurem Server machen, dass man mit solchen Transmog-Sachen beim Schneider Gold rausholen kann. Ja, mehr oder mehr gibt es zum Mondfest nicht zu sagen. Natürlich Münzenfarmen, also die Urahne Münzenfarmen. Je mehr ihr farmt, desto mehr Mondlaternen und festliche Lampen könnt ihr kaufen. Und dann kommen wir noch zum Abschlusspunkt, wie immer die Gewinnspieler. Und ich fange wieder an mit der größten Verlosung, die aktuell mit unter meinem Namen auch läuft. Und zwar der scheckige Drache im Wert von knapp 10 Millionen Gold. Ihr müsst nur diese Punkte ausfüllen. Der Link ist nicht in der Beschreibung, sondern den findet ihr, wenn ihr bei mir auf die Seite geht unter Gewinnspiele. Und zwar da anklicken und da könnt ihr eure Punkte holen und mit Glück den scheckigen Drachen gewinnen. Dann haben wir noch bei mir auf der Seite ein Gewinnspiel Ankündigung. Und zwar am Samstag, den 13.02. wie schon erwähnt, startet um 12 Uhr Mittag die Verlosung für das weiße Woll-Renozeros im Wert von 2 bis 4 Millionen Gold, je nach Server, an dem ihr mit Goldcoins teilnehmen könnt. Wie das genau läuft, am besten im Stream vorbeikommen und Fragen, dann kann man euch das Punktesystem leicht erklären. Im Endeffekt läuft es so, wenn ihr in meinem Stream zuschaut, sammelt ihr Punkte. Durchs Zuschauen, je mehr Punkte ihr habt, desto größer, desto mehr Tickets könnt ihr für Verlosungen kaufen. Mit verschiedenen Substufen könnt ihr das Ganze nochmal erhöhen, dass ihr mehr Punkte pro Stunde kriegt. Ein Bonus zu dieser Rino-Verlosung ist diesmal so, dass ich euch das Reittier vorbeibringe. Wenn ihr sagt, ich will das gerne lernen, dann kriegt ihr das auf dem Server, wo ich es jetzt schon liegen habe. Wenn ihr sagt, ich würde es aber gerne verkaufen, weil mir ist das Gold wichtiger wie das Reittier, dann bringe ich euch das Reittier, egal ob Horde oder Allianz, es muss ein EU-Server sein, auch kein russischer Server, sondern ein EU-Server, bringe ich euch das Reittier vorbei und ihr könnt es dort dann ins Auktionshaus stellen. Also, wichtiger Tipp, einfach wenn der Stream läuft, auch da wieder Hinweis aufs Discord. Es gibt da immer eine Ankündigung, sobald mein Stream live ist, dann verpasst ihr nie den Einstieg und könnt schon aktiv Punkte sammeln. Sonstige Gewinnspiele, ihr kennt es, im Discord ist jede Menge offen und zwar wieder der Link für das Magicus Discord, der ist auch wieder in der Beschreibung. Wir sind aktuell noch auf Platz 1 mit 265 Invites. Der Platz 2 hat jetzt sehr schnell aufgeholt und ich glaube nicht, dass wir den ersten Platz in den nächsten vier Tagen, wir haben Zeit bis zum 8.2. ins Ziel bringen, denn dieser jenige ist aus einem anderen Discord und zwar einem mit 10.000 Mitgliedern Discord. Da wird es für uns schwierig werden, die 1 zu halten. Ansonsten, mich freut es natürlich, wenn ihr den Discord-Link mit euren Freunden teilen würdet, dass die alle über den Link einsteigen. Vielleicht schaffen wir es doch noch Platz 1 zu holen und am Ende für euch zwei Jahre Spielzeit zu gewinnen. Also, der Gewinner von euch kriegt dann zwei Jahre Spielzeit, beziehungsweise wir werden das mit YouTube und Twitch aufteilen. Wenn es die Spielzeit wird, dann läuft eine Verlosung ein Jahr auf Twitch und ein Jahr auf YouTube. Und damit das Ganze nicht umsonst ist für euch, gibt es dort gerade einmal 30 Tage Spielzeit, zweimal 30 Tage Spielzeit unter Special Gifts, die sind von mir, die Spielzeiten einen Sandsteindrachen und unter den normalen Verlosungen. Das Highlight dieser Woche ist eine 5-Millionen-Gold-Verlosung. Ihr wollt 5 Millionen Gold gewinnen? Die Chance steht aktuell 1 zu 4000. Besser wie im Lotto? Auf jeden Fall rein eine Woche Zeit, auf dieses rote Symbol klicken bei Giveaways und ihr kriegt mit Glück 5 Millionen Gold. Ja, das waren eigentlich schon wieder jede Menge Verlosungen, aber ich weiß, ihr seid Verlosungsjäger, darum findet das auch bei meinen Videos immer viel, viel Anklang und auch jede Menge Sendeminuten. Ich sage wieder Danke an meine aktiven YouTube-Kanal-Mitgliedschaften. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, teilt das Ganze mit anderen Freunden, lasst ein Like da und damit wünsche ich euch viel Erfolg diese Woche und bis zum nächsten Video.